so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die crossfire aus der exclusive line von explode also eine cross setz batterie wo das habe ich jetzt noch schnell zusammengereint ich habe schon wieder den effekt vergessen perfekt ja gibt es gar nicht viel zu sagen man kennt ja krosett batterien die hier zeichnet sich natürlich aus dass die beim aufploppen der sterne crackling hat mit einem von 152 gramm grüße gehen raus an pyrofreak 96 bei dem habe ich die gesehen und hat mich direkt verliebt deswegen jetzt auch hier 16 schuss 30 meter hoch und eine brenndauer von 25 sekunden das war's let's go crossfire action viel spaß sein so jungs jetzt die crossfire exclusive line explode schöne kleine krosett batterie mit crackling selbstverständlich doch würde ich sagen hat die cracking aufstieg haben richtig schöne batterie und 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 Bei Typico, was muss, das muss getan werden Wie stoppt dein Risiko